Hallo meine Lieben, hier habe ich wieder mal eine Zwei-Zimmer-Wohnung. Was sind so die Besonderheiten? Ja, diese ist in Kestel und es ist eine große Zwei-Zimmer-Wohnung und mit Nebenkosten kostet sie nur 2000 türkische Lira. Also Nebenkosten sind schon drinnen. Aber sie ist leer und man muss halt alles selber heranschaffen. Wer aber möchte, kann natürlich sagen, Arni, hier hast du für billige Version 2500 Euro, mach alles rein mit Waschmaschine, Spülmaschine, nagelneu und so weiter oder die höhere Version mit Klimaanlagen und so weiter, 3000, was auch immer. Müsst ihr halt selber schauen, was für Geräte ihr wollt. Alle haben ja zwei Jahre Garantie. Wenn ihr aber teure Marken haben wollt, dann kostet natürlich mehr Bosch oder so. Wenn jemand haben möchte, dann wird es etwas mehr. Mit Betten und allem drum und dran, das kann man alles natürlich mit mir ausmachen. Allerdings, wenn ihr hierher kommt und erst mal eine Woche Hotel macht, dann die Wohnung dann sieht und dann gefällt sie euch, dann könnt ihr natürlich auch selber in die Möbelgeschäfte gehen und euch selber die Mühe machen. Also, wer Lust hat, langt hier zu. Das wäre der Pool, der war dieses Jahr auch in Funktion. Wir sind im Hochpartaar. Hochpartaar und das wäre das Wohnzimmer. Hier haben wir die Küche. Und nochmal das Schlafzimmer und hier Balkonaussicht. Also, wer eine günstige Zwei-Zimmer-Wohnung haben möchte, der langt hier zu. Was sind die Nachteile? Naja, eigentlich Nachteile gibt es eigentlich nicht. Es ist eine schöne Wohnung. Zum Strand sind es etwa 10 Minuten zu Fuß. Und was wäre ein Nachteil? Der nächste größere Supermarkt wäre halt schon 30 Minuten zu Fuß. Das muss man schon sagen. Aber Tante-Emma-Laden wäre in der Nähe. Tja, meine Lieben. Also, wer Lust hat, langt zu. Und wie geht das Ganze vonstatten? Es gibt mehrere Möglichkeiten. Und die... Ich hätte fast schon die doofste gesagt. Die doofste wäre einfach auf Glück hierher fliegen und ein, zwei Wochen später seid ihr da. Und dann könnt ihr halt fragen, ist die noch da? Und da würde ich sagen, nein, leider schon weg. Oder ihr seht ja die Fotos. Und ihr wisst ja, Wohnungen gibt es leider nicht so viele aktuell. Und die wäre in Kestel und eigentlich schon in Ordnung. Und ja, dann gleich zu langen. Und Mietvertrag per Mail schicke ich euch zu. Und fertig ist die Sache. Mindestlaufzeit ist ein Jahr. Und drei Monate vorher müsst ihr kündigen. Ansonsten verlängert sich der Vertrag automatisch um ein Jahr. Okay, so viel von mir, meine Lieben. Wer Interesse hat, meldet sich. Bis zum nächsten Video.